ja hallo mein freund und herzlich willkommen bei TUCHI Nr. 21 am 21.12.2015 meinem advent kalender ja gestern gewonnen hat der oliver duell und ich werde dir den key hier über youtube zuschicken ja es gibt heute zu gewinnen ets 2 und zwar gold edition da ist ets 2 das hauptspiel drin und einmal going east ja was müsst ihr tun ganz einfach ich mich würde mal interessieren also schreibt mir in die kommentare mich würde interessieren was ihr gerne noch als simulator mal so haben wollt also was fehlt euch in bestimmten simulationen was wollt ihr für simulationen was wäre für euch mal richtig geniale schöne spiel ich weiß würde es kommen mit goldrausch in alaska zum beispiel so was mich auch interessiert und so weiter auf alle fälle schreibt mir das einfach mal in die kommentare und ich werde dann auch mal eine liste zusammenstellen und einfach mal das ganze dann erst einmal weiterleiten also anfangen können ja auf alle fälle sind nur noch drei tage ja dann ist das weihnachten ja vier tage wenn man bei ihr mitnehmer bis abend warten können dann die glocken läuten und wann in der weihnachtsraum die geschenke sieht ja ja irgendwie ist trotzdem bei mir noch keine meiner stimmung da ganz komisch wenn man ausschaut ist frühling und vom wetter her und so weiter also das wetter würde mitspielen um zu grillen ja auf alle fälle schreibt mir einfach wie gesagt in die kommentare was für die simulation noch ein was ich dann hätte oder was könnte man in bestimmte simulationen noch mit einbauen ja tauschen mal einfach mal etwas aus und dann schauen wir mal was was wir kommen mit dem wissen anstellt so auf alle fälle vielen dank wieder für zuschauen und genau nicht wundern diese bilder sind von mir die screenshots heute das sind noch nicht original inhalte wenn ihr das spiel bekommt nicht dass ich euch wundert also dann bis zum nächsten mal